Welche Produkte sollte man vom Flohmarkt immer mitnehmen? Unter anderem DVDs von der Serie Das Haus Anubis. Glaubt mir Freunde, wenn ihr da alle Staffeln habt und die auch günstig aufkaufen könnt, da kann man bei Ebay so circa 250 bis sogar 280 Euro für bekommen. Und da frage ich mich...